Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video über die Konstellation im Februar für alle 12 Sternzeichen. Wie immer schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung rein, wann welches Zeichen drankommt und zum Schluss lohnt es sich auch nochmal in den Serviceteil mit der Verlosung reinzuschauen. Da erfahrt ihr, wann die nächsten Webinare laufen und wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass die automatische Funktion, mit der man direkt zum betreffenden Teil im Video kommt, mit den Minuten, die unten stehen, dass die also auch auf einigen Android-Geräten funktioniert, sonst eben auf dem Laptop, nur leider nicht mit dem iPhone oder iOS. Da müsst ihr dann von Hand vorspulen oder ihr schaut euch einfach an, was bei den anderen Sternzeichen oder eurem Aszendentenzeichen so los ist. Für viele ist das auch interessant. Den kosmischen Überblick mit den wichtigsten Konstellationen findet ihr in meinem Video So stehen die Sterne im Februar. Und denkt dran, dass ihr eure langfristigen Transite und die Tendenzen mit den langsam laufenden Planeten in meinem Jahrbuch findet, mit allen Geburtstagskindern, die wichtige Aspekte empfangen und allen wichtigen Bewegungen der Planeten. Und jetzt geht es los mit den Sternzeichen. Und wir beginnen mit den Wettergeborenen und Wetteraszendenten. Für euch beginnt der Monat genauso schwungvoll und arbeitsintensiv, wie der Januar zu Ende geht. Und ihr solltet die ersten beiden Wochen im Februar nutzen, solange der Mars noch im Wetter steht, hier bei euch im Zeichen, um noch möglichst viel geschafft zu bekommen. Der Neumond der Freundschaft am 4. Februar steht super günstig bei euch im Haus der Freundschaft. Und für die Neumond-Meditation könnt ihr darüber nachdenken, welche neuen Impulse ihr in eure bestehenden Verbindungen hineingeben wollt und was ihr euch von neuen Bekanntschaften wünscht. Auch ein neues Projekt, bei dem ihr euer berufliches Netzwerk nutzen wollt, könnt ihr zu diesem Neumond wunderbar anschieben. Und Singles haben im Februar die besten Chancen mit neuen Kontakten, die zunächst freundschaftlich anfangen. In euren bestehenden Liebesbeziehungen wird es häufig darum gehen, wer wie viel Verantwortung übernimmt, besonders wenn beide Beteiligten berufstätig sind. Da gibt es bestimmt eine Menge Aufgaben zu verteilen. Darüber kann es mal ein paar Spannungen geben, aber insgesamt machen euch die kosmischen Einflüsse eher optimistisch und aufgeschlossen. Zum Valentinstag am 14. Februar könnt ihr euch eine romantische Liebesnachricht erreichen, wenn ihr nicht vorher lautstark verkündet habt, dass euch dieser Tag eigentlich ganz egal ist. Übrigens, wenn ihr in den letzten Wittertagen Geburtstag habt, müsst ihr um die Monatsmitte ein bisschen auf euch aufpassen. Da neigt ihr dazu, spontan und riskant zu handeln und tatsächlich ist dann auch die Verletzungsgefahr erhöht. Und das liegt daran, dass sich euer Herrscher Mars hier nochmal mit Uranus trifft. Und zwar in den Tagen, bevor er dann am 14. Februar, also am Valentinstag, auch ins Zeichen Stier geht. Und dieser Übergang kann dann für euch mit einem spürbaren Wechsel der Energie einhergehen, denn der Mars wechselt aus dem Feuerelement ins Erdelement. Trotzdem kann euch das beruflich und finanziell einige Vorteile bringen. Der Mars wird dann für sechs Wochen durch den Stier und das heißt durch euer kosmisches Geldhaus laufen. Wenn euch also Leute zum Beispiel noch Geld schulden, dann sind diese Wochen geeignet, um Gelder zu bekommen, die euch zustehen. Umgekehrt ist es auch eine gute Phase, falls ihr selbst Schulden habt, diese nun zurückzuzahlen. Sehr wichtig für die Wiedergeborenen ist der endgültige Eintritt von Chiron ins Zeichen Widder am 19. Februar, nachdem er vorher nochmal in die Fische zurückgelaufen war. Er bleibt jetzt die nächsten sechs Jahre in eurem Zeichen und das spüren als erstes die Märzwider. Die genauen Daten und die Deutung dazu findet ihr in meinem Jahrbuch und schaut euch bitte unbedingt mein Special zu diesem Thema nochmal an. Es hat zwei Teile, entdecke deinen inneren Heiler und Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Chiron im Widder wird euch Herausforderungen in Bezug auf eure Gesundheit bringen, aber auch Heilungschancen und vor allem, wenn ihr von euch den Eindruck habt, dass ihr als Evolutionsagenten unterwegs seid, ist das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der euch die nächsten Jahre begleitet. Ich verlinke euch meine Specials hier auf der Infokarte, dann könnt ihr da direkt draufklicken. Ebenfalls am 19. Februar haben wir gleichzeitig den Vollmond und die Sonne wechselt ins Zeichen Fische. Gut möglich, dass ihr in den folgenden vier Wochen etwas verträumter werdet oder mehr Schlaf braucht oder einfach mehr Lust habt, öfter mal nach innen zu horchen. Und für spirituelle Widder ist das eine schöne Zeit, um sich mit der geistigen Welt zu verbinden. Aber die Konstellation ist auch gut für euren beruflichen Erfolg. Vielleicht gibt es da eine Kombination. Entweder ihr habt eine besonders gute Intuition und Eingebung dafür, wie ihr berufliche Situationen meistern könnt oder ihr seid im spirituellen Bereich tätig. Dann habt ihr in den kommenden vier Wochen eine erfolgreiche Phase. Und jetzt kommen wir zu den Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ja, ihr Lieben, noch zwei Wochen und dann steigt eure Vitalitätskurve rasant an. Aber der Reihe nach. Mit dem Neumond der Freundschaft am 4. Februar geht die Venus ins Zeichen Steinbock und bildet dann für den Rest des Monats einen super günstigen Aspekt. Sowohl für die Liebe als auch für eure beruflichen Pläne. Für die Neumond-Meditation bietet sich an, dass ihr darüber nachdenkt, wie euch eure Freundschaften und Kontakte auch bei euren persönlichen Zielen beruflich oder privat helfen und unterstützen können. Denn der Neumond fällt hier bei euch ins 10. Haus der Karriere und der Ziele. Oft traut man sich gar nicht oder denkt gar nicht dran, dass man seine Freunde mal um etwas ganz Handfestes bitten könnte oder dass man Leute kennt, mit denen sich günstige berufliche Synergien ergeben. Macht doch da mal eine Bestandsaufnahme und nehmt euch vor, mit eurem kostbaren Netzwerk mehr zu arbeiten und es nutzbringend einzusetzen. Das ist natürlich eine Sache von geben und nehmen. Umgekehrt könnt ihr auch überlegen, was ihr zu bieten habt und wovon andere profitieren können. Beruflich und finanziell sollte es im Februar rund laufen. Nur diejenigen von euch, die einen Konfliktaspekt von Lilith empfangen, die jetzt hier gerade in der dritten Dekade steht, die könnten in beruflicher Hinsicht Probleme mit Frauen oder dem Frausein bekommen. Zum Beispiel durch eine schwierige Chefin oder eine Situation, in der ihr euch als Frau in der Karriere durchsetzen müsst. Und welche Geburtstagskinder wann die Lilith-Aspekte empfangen, das habe ich in meinem Jahrbuch genau aufgelistet. In den Tagen um den 9. Februar könnte sich ein entsprechender Konflikt zuspitzen und eventuell müsst ihr da alle Kräfte mobilisieren, um euch zu behaupten. Falls ihr euch ein bisschen schlapp fühlt, dann ist das spätestens ab dem 14. Februar vorbei, denn dann wird der Mars in euer Zeichen wandern und ihr habt eine sechswöchige vitale und kraftvolle Phase vor euch. Und sobald ihr in euren eigenen Rhythmus gefunden habt, seid ihr dann nicht mehr aufzuhalten und man sollte sich euch auch möglichst nicht in den Weg stellen. Nur wenn es mal Hindernisse gibt, dann könntet ihr gereizter als sonst reagieren. Dann solltet ihr die Ruhe bewahren, denn zumindest im Februar habt ihr die meisten Trumpfkarten auf eurer Seite. In erotischer Hinsicht ist das übrigens auch ein sehr spannender Aspekt, zumal sich auch die Venus in einem sinnlichen Aspekt zur Stiersonne befindet. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, nehmt euch Zeit für Liebeslust und andere sinnliche Genüsse, zum Beispiel gemeinsam kochen, Massagen oder was ihr sonst an körperlichen Genüssen liebt. Als Stiere mögt ihr feste Rituale und Menschen, die sich verlässlich zeigen. Und in der zweiten Monatshälfte werdet ihr in dieser Hinsicht nicht enttäuscht werden. Wenn ihr noch Single und auf der Suche seid, könnt ihr auf Reisen fündig werden oder auch bei Fortbildungsveranstaltungen und Kursen. Aber ihr braucht Geduld. Die Liebesplaneten zeigen nicht unbedingt schnelle Liebeserfolge an, dafür aber nachhaltige. Am 19. Februar ist dann der Vollmond und gleichzeitig geht auch die Sonne ins Zeichen Fische. Sie steht dann für die kommenden vier Wochen in einem sehr schönen Aspekt zu eurer Sonne und betont einmal mehr das Thema Freundschaften und freundschaftliche Verbindungen. Die Vollmondkonstellation weist darauf hin, wie auch schon der Neumond, dass es auch darum geht zu definieren, was ihr euch von euren Freunden wünscht und ob man auch einmal in praktischen Belangen füreinander einsteht und sich unterstützt. Für den Rest des Monats habt ihr viele erfreuliche und harmonische Aspekte, besonders um den 25. Februar herum. Und wir machen weiter mit den Zwillingegeborenen und Zwillingenaszendenten. Genießt die ersten drei Tage des Monats mit der Venus im Schützen hier bei euch im Partnerhaus. Und wenn die Venus dann zum Neumond in den Steinbock wechselt, dann kann sich eine gewisse Ernüchterung breit machen und dann geht es darum, wo ihr bereit seid, euch einzulassen und Verantwortung zu übernehmen. Wenn ihr bereit seid, mit dem Partner an einem Strang zu ziehen, kann das den Zusammenhalt in der Partnerschaft stärken und das Thema der gemeinsamen Verantwortungen bleibt den ganzen Monat wichtig. Der Neumond der Freundschaft am 4. Februar steht sehr günstig zu eurer Sonne. Ihr könnt die Neumond-Meditation nutzen, um Pläne mit Freunden oder auch mit interessanten Geschäftskontakten zu machen. Dabei kann es sowohl um eine lustige Reise mit der Clique gehen, als auch darum, mit wem man sich eine Fortbildung vorstellen könnte. Außerdem könntet ihr euch damit auch befassen, inwiefern eure Liebesbeziehungen eine freundschaftliche Basis haben. Dieses Konzept kann für euch sehr hilfreich sein. Zwillinge Singles haben vor allem in der ersten Monatshälfte tolle Sterne, um einen neuen Flirt oder eine Beziehung anzufangen oder auch, um eine neue Freundschaft zu beginnen. Und manchmal geht eins ins andere über. Am 14. Januar zum Valentinstag habt ihr besonders prickelnde Konstellationen. An diesem Tag wechselt der Mars das Zeichen und geht in den Stier. Und für das Zwillinge Kollektiv ist das das 12. Haus des Rückzugs. Das kann sich für euch anfühlen, als würde die Energie nachlassen, die euch in den letzten sechs Wochen getragen hat. Und es kann auch bedeuten, dass es Probleme und Verzögerungen bei euren Vorhaben gibt. Oft liegt das daran, dass man sich missversteht oder dass andere ein Problem haben, was sie aber nicht offen ansprechen. Mars im 12. Haus kann auch versteckte Feinde anzeigen. Also achtet in den kommenden sechs Wochen drauf, ob vielleicht hinter eurem Rücken Aktivitäten passieren, die euch betreffen und schreitet da gegebenenfalls ein. Dabei kommt es natürlich auch sehr darauf an, wo der Mars in eurem persönlichen Horoskop zu stehen kommt. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären. Oder ihr macht mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Am 19. Februar geht die Sonne ins Zeichen Fische und aktiviert euer Karriere aus, wo ja auch schon seit einigen Jahren Neptun drin steht. Für viele Zwillinge sind die kommenden vier Wochen eine erfolgreiche und produktive Zeit, in der sie sich gut Ziele setzen und auch erreichen können. Aber wenn ihr in der zweiten Dekade geboren seid und den Neptun quer zur Sonne stehen habt, die betroffenen Geburtstagskinder, die findet ihr in meinem Jahrbuch, dann habt ihr wahrscheinlich häufig das Gefühl, nicht so recht zu wissen, wo es hingeht. Oder ihr habt im Beruf Probleme, weil die Anweisungen unklar sind oder weil sich Führungskräfte selber nicht sicher sind, wo es lang gehen soll. Das ist natürlich anstrengend und diese Tendenz verstärkt sich zu Vollmond, der ja auch am 19. Februar stattfindet. In diesen Tagen solltet ihr einfach Dienst nach Vorschrift machen und euch nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn keiner so recht weiß, was Sache ist. Ab dem 24. Februar bessert sich das wieder. Übrigens, wenn ihr in einer festen Beziehung seid, bittet doch euren Partner um Rat und Hilfe. Gut möglich, dass der aus seiner Perspektive Sachen erkennt, die ihr vielleicht selber nicht sehen könnt und dass er euch mit Rat und Tat unterstützen kann. Und jetzt schauen wir für die Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der Februar startet für euch genauso energiegeladen, wie der Januar zu Ende ging. Auch wenn es bei der Arbeit gut läuft, stehen doch einige von euch unter Druck. Manche von euch setzen sich mit partnerschaftlichen Problemen auseinander. Andere haben Stress mit einem fordernden Chef. Wie gut, dass ihr jetzt so beliebt seid und dass jeder schaut, wie ihr eure Aufgaben erledigt. Ihr habt da Vorbildfunktion. Das liegt an dem aufsteigenden Mondknoten im Krebs. Der Neumond der Freundschaft am 4. Februar fällt bei euch in den Bereich der festen Beziehungen und Verbindlichkeiten im achten Haus. Wenn ihr sagen könnt, dass euer fester Partner auch euer bester Freund ist, wunderbar. Nutzt den Neumond, um Pläne für eure nächsten gemeinsamen Projekte zu machen. Wenn ihr alleinstehend seid, schließt euch vielleicht mit guten Freunden zusammen, um ein gemeinsames Projekt zu stemmen. Oder ihr denkt zum Neumond darüber nach, wie viel Verbindlichkeit und auch Freiheit ihr in euren zukünftigen Freundschaften und Beziehungen braucht. Mit dem Neumond geht die Venus in den Steinbock in euer Partnerhaus. Das ist ein sehr schöner Aspekt für Begegnungen, Geselligkeit und natürlich auch für Liebe und Partnerschaft. Für Festliierte wird es häufiger darum gehen, das Zusammenleben zu definieren und zu überlegen, wer welche Aufgabe übernimmt und wie ihr die Verantwortung gemeinsam bewältigt. Krebs-Singles können interessanten Menschen begegnen, die das Potenzial für eine seriöse und feste Partnerschaft mit sich bringen. Bitte informiert euch auch in eurem Jahreshoroskop über eure Partnerschaftstendenzen im Video und natürlich noch viel ausführlicher in meinem Buch. Ihr habt langfristig Saturn und Pluto im Partnerhaus. Das bedeutet, eure Beziehungen sind profund und äußerst wichtig und manchmal ist es schwierig, mit einer gewissen Leichtigkeit zu flirten. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr in den kommenden eineinhalb Jahren eine seriöse neue Partnerschaft anfangen könnt. Außerdem können Beziehungen aus eurer Vergangenheit wieder wichtig werden und ihr bekommt Gelegenheit, diese aufzuräumen oder gegebenenfalls auch zu einem guten Abschluss zu bringen. Am 10. Februar geht der Merkur in die Fische und läutet schon die neue Phase der Harmonie ein, die sich für euch aufbaut. Vielleicht gibt es noch mal eine beruflich stressige Phase bis zum 14. Februar, wo sich hier auch Mars und Uranus treffen. Das spüren besonders die Krebse der dritten Dekade, da kann es noch mal hoch hergehen. Aber danach, am 14. wechselt dann der Mars in den Stier und bildet für die kommenden sechs Wochen einen positiven und fördernden Aspekt für euch. Das heißt, viele Projekte laufen dann runder und ihr findet in einem guten neuen Rhythmus, der produktiv ist, aber weniger aufreibend und anstrengend. Das wird euch gefallen. Am 18. Februar geht Chiron endgültig ins Zeichen Widder für die nächsten sechs Jahre. Das heißt, ihr müsst verstärkt auf eure seelische und körperliche Gesundheit achten und das gilt zunächst für die Junikrebse. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für euch. Bitte informiert euch darüber in meinem Videospecial über Chiron im Widder. In meinem Jahrbuch könnt ihr nachlesen, welche Geburtstagskinder 2019 den direkten Aspekt von Chiron empfangen. Am 19. Februar wechselt die Sonne ins Zeichen Fische und bildet dann für die kommenden vier Wochen einen superschönen harmonischen Aspekt zur Krebssonne. Ihr dürft euch auf eine kreative und inspirierte Phase freuen. Am 19. ist auch der Vollmond, der sehr günstig zu eurer Sonne steht. Für den Rest des Monats habt ihr sehr gute Sterne, um schwierige Situationen in der Partnerschaft liebevoll zu meistern. Und wir kommen zu den Löwegeborenen und Löweaszendenten. Lust und Liebe und die Begegnung mit witzigen, interessanten Leuten stehen in den ersten zwei Wochen des Monats bei euch hoch im Kurs. Bestimmt überlegen viele Löwen, was sie ihren Angebeteten, Schönes und Ausgefallenes zum Valentinstag präsentieren können. Wenn ihr alleinstehend seid, tut euch mit Freunden und Bekannten zusammen. Falls ihr Winterurlaub macht, werdet ihr euch in der ersten Monatshälfte prächtig amüsieren. Der Neumond der Freundschaft am 4. Februar fällt für euch ins Partnerhaus, wo auch die Lilith steht. Deshalb seid ihr offen für spannende und interessante Leute. Und je mehr ihr euch zurücklehnt und die anderen kommen lasst und je weniger ihr versucht, die Situation zu dominieren, desto mehr Spaß werdet ihr haben. Ab dem 4. geht dann die Venus in den Steinbock in euer Berufshaus und sorgt für den Rest des Monats dafür, dass ihr beliebt seid und verzwickte Situationen mit Charme und der Unterstützung netter Kollegen in den Griff bekommt. Diese Konstellation solltet ihr ausnutzen, denn es gibt beruflich auch langfristig für euch einiges zu regeln. Das habe ich im Jahreshoroskop genau beschrieben. Löwe Singles haben gute Sterne für aufregende Begegnungen, wobei nicht sicher ist, ob diese für eine langfristige Beziehung taugen. Aber wenn ihr euren Spaß wollt, werdet ihr im Februar auf eure Kosten kommen. Achtet einfach nur darauf, dass eure eigenen oder auch die Gefühle anderer nicht verletzt werden. Eine besonders prickelnde Phase habt ihr vom 5. bis zum 10. Februar. Am 14. Februar wechselt der Mars in den Stier und bildet dann für die kommenden sechs Wochen eine Spannung zur Löwesonne. Es kann sein, dass ihr öfter ein Gefühl von Widerstand und Reibung empfindet und dass ihr schneller gereizt seid als in den letzten Wochen. Doch der Mars aktiviert auch euer Karrierehaus. Die produktive Phase der letzten Wochen kann jetzt weitergehen, wenn ihr darauf achtet, euch nicht zu heftig in Auseinandersetzungen zu engagieren und stur auf euren Standpunkt zu beharren. Schaut lieber, wo ihr gemeinsam mit Kollegen oder Vorgesetzten an einem Strang ziehen könnt. Am 18. Februar wechselt Chiron in den Widder. Er war ja in den letzten Monaten zurück in die Fische gelaufen und bleibt dann dort für die nächsten sechs Jahre und bildet einen positiven Aspekt zur Löwesonne. Das ist sehr gut für alle Löwegeborenen, die als Coaches, Berater oder Heiler arbeiten, also die Evolutionsagenten. Nähere Informationen dazu findet ihr in meinem zweiteiligen Videospecial über Chiron. Als erstes empfangen den Aspekt die Julilöwen, die ausführliche Deutung und auch die Geburtstagskinder findet ihr in meinem Jahrbuch. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und dann ist auch gleich Vollmond. Die Sonne aktiviert dann für die kommenden vier Wochen bei den Löwen den Bereich der verbindlichen und festen Beziehungen im achten Haus. Und für spirituell interessierte Löwen ist das außerdem eine Phase, in der ihr Interesse für Hintergründiges und Okkultes geweckt ist. Und wenn ihr in einer Partnerschaft seid, in der Spiritualität eine besondere Rolle spielt, könnt ihr intensive schöne Zeiten miteinander erleben. Günstig sind die Konstellationen auch, um euch mit beruflichen Problemen vertrauensvoll an den festen Partner zu wenden. Euer Schatz kann euch bestimmt den einen oder anderen guten Tipp geben. Hallo liebe Jungfraugeborene und Jungfrau-Ascendenten, jetzt kommen wir zu eurem Monatshoroskop. Für euch entwickelt sich der Monat immer erfreulicher, je weiter er voranschreitet. Der Neumond, Herr Freundschaft, im Wassermann fällt in euer Berufshaus. Am vierten. Und viele Jungfraugeborenen freunden sich ja auch gerne mit ihren Kollegen an, mit denen sie letztlich ja auch viel Lebenszeit verbringen. Bei der Neumond-Meditation kann es also ein Thema sein, wie ihr eure beruflichen Beziehungen seht und in Zukunft gestalten wollt oder ob ihr eure Kollegen vielleicht als eine Art Wahlfamilie empfindet. Weil auch die Lilith dabei steht, kann es auch darum gehen, dass man sich ungeliebten Kollegen gegenüber fair verhält. Und falls es einen Mobbingfall gibt, denkt ihr vielleicht darüber nach, wie ihr die Situation gemeinsam mit befreundeten Kollegen verbessern könnt. Und die Aspekte zeigen, dass sich da tatsächlich in den kommenden Tagen etwas machen lässt. Mit dem Neumond geht die Venus in den Steinbock und bildet dann für den Rest des Monats einen super Aspekt zur Jungfrausonne. In euren Liebesbeziehungen wird es viel darum gehen, ob ihr Unterstützung für eure persönlichen kreativen Projekte bekommt und wie ernsthaft ihr euch dafür einsetzt. Nutzt die Konstellationen, um mit eurem Schatz zu definieren, was ihr euch wünscht. Mehr Freiraum oder mehr Anteilnahme? Öffnet euch und sprecht darüber. Menschen, die euch lieben, zeigen in den kommenden Wochen ein besonderes Interesse an euren Projekten. Auf eurer persönlichen kreativen Ebene wird die Venus euer künstlerisches und kreatives Potenzial unterstützen, euch aber auch dabei helfen, dass es nicht nur Spaß macht, sondern auch etwas bringt. Zum Beispiel, dass ihr eure kreativen Produkte verkaufen könnt. Ihr habt ja sehr starke Manifestationskräfte, die werden eben von der Venus aktiviert. Das kann eine ganz wunderbare Phase für euch werden. Am 10. Februar geht der Merkur in die Fische und damit in euer Partnerhaus. Das zeigt freundliche, kreative und mitfühlende Begegnungen an. Es kann auch bedeuten, dass sich jemand zum Valentinstag ein ausgesprochen kreatives und romantisches Geschenk für euch einfallen lässt. Am 14. Februar, also zu Valentinstag, geht dann der Mars in den Stier und bildet für die kommenden sechs Wochen einen fabelhaften Aspekt zur Jungfrausonne. Das ist eine angenehm produktive Phase und falls ihr in der Zeit eine Reise vorhabt, weil es hier in einem Reisehaus stattfindet, dann wird euer Vorhaben von Erfolg gekrönt sein. Und auch wenn ihr beruflich auf Reisen seid, wird euch das leicht fallen und erfolgreich sein. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer Partnerhaus. Gleichzeitig stehen die Liebesplaneten in sinnlichen Aspekten zu eurer Sonne. Bis zum Monatsende dürft ihr euch auf eine sehr schöne und angenehme Phase mit guten Begegnungen freuen. Und fest liierte Jungfrauen erleben nicht nur schöne Stunden und zärtliche Stunden mit ihrem Schatz, sondern kommen auch mit gemeinsamen Projekten gut voran. Besonders schöne Konstellationen habt ihr am 24. und 25. Februar. Liebe vagegeborene und vageaszendenten, jetzt schauen wir für euch in die Tendenzen für den Februar. Die quirlige und ereignisreiche Zeit vom Januar geht noch mindestens bis Mitte Februar so weiter, denn der Mars aktiviert weiterhin eure Partnerschaften, gerne nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Auf jeden Fall ist sicherlich eine Menge los, ihr trefft viele Leute, manchmal ist es auch anstrengend, aber auf jeden Fall nie langweilig. Und die Planeten im Steinbock zeigen viele Familienangelegenheiten, vielleicht auch Krisen, die nebenbei noch gemanagt werden müssen. Bitte schaut euch dazu auch euer Jahreshoroskop an oder lest im Buch nach. Das sind längerfristige Tendenzen, die ich dort ausführlich gedeutet habe. Der Neumond der Freundschaft am 4. Februar fällt für euch wunderbarerweise ins fünfte Haus der Lebensfreude und Kreativität und steht sehr günstig für euch. Mit der Lille zusammen weist das darauf hin, dass interessante Menschen euren Weg kreuzen, die euch anregen und inspirieren oder mit denen ihr euch kreative Projekte vorstellen könnt. Für vage Singles kann dieser Neumond eine heiße Affäre bringen, die äußerst inspirierend ist, wobei nicht sicher ist, ob daraus auch eine langfristige Beziehung werden kann. Die Inspiration und Anregung stehen im Vordergrund. Mit dem Neumond wechselt die Venus in den Steinbock, sie geht dann in eine Spannung zur vage Sonne und in euer Familienhaus. Das ist eine Gelegenheit, euch mit euren Lieben zusammenzusetzen und freundlich im Ton, aber bestimmt in der Sache darüber zu sprechen, wie ihr euer Zusammenleben gestalten wollt und wer welche Aufgaben übernehmen kann. Saturn in eurem Familienhaus zeigt, dass ihr schon bereits sehr viel Verantwortung tragt und dass es wichtig ist, dass euch eure Lieben auch unterstützen. Am 14. Februar geht der Mars in den Stier und wandert dann bei euch ins Achterhaus der gemeinsamen Verpflichtungen. Das kann einerseits viel Kraft bringen, um wichtige gemeinsame Projekte zu stemmen, andererseits kann es darum aber auch Auseinandersetzungen geben. Doch bis zum Ende des Monats hin könnt ihr da gute Fortschritte erzielen. Ein Tipp wäre, dass ihr durch sportlichen Ausgleich, zum Beispiel Tanzen oder auch durch eure kreativen Hobbys, eure Energie ausgleicht und eure Batterien wieder aufladet und das steht besonders bis zum 18. unter guten Sternen. Am 18. Februar passiert noch etwas sehr Wichtiges. Chiron geht dann endgültig in den Widder und in euer Partnerhaus, nachdem er in den letzten Monaten nochmal zurück in die Fische gelaufen war. Er bildet dann einen Spannungsaspekt zur Waagesonne. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mit gesundheitlichen und psychologischen Herausforderungen und Heilungschancen einhergeht, die auch mit euren Partnerschaften zu tun haben können. Ich habe das ausführlich gedeutet in meinem Video über Chiron im Widder und natürlich auch im Jahrbuch. Dieser Aspekt wird euch in den kommenden Jahren beschäftigen und 2019 merken das zuerst die Septemberwagen. Die genauen Geburtstagskinder findet ihr im Jahrbuch. Am 19. Februar geht die Sonne dann in die Fische und aktiviert für die kommenden vier Wochen euer Berufshaus und bringt auch Heilungschancen mit sich. An dem Tag ist auch der Vollmond, der ebenfalls auf eurer Heilerachse stattfindet. Für den Rest des Monats können Themen der Heilung wichtig werden. Denkt doch da mal drüber nach, was ihr für eure Gesundheit tun könnt. Neptun deutet an, dass energetische Heilweisen oder feinstoffliche Methoden wie zum Beispiel Homöopathie euch gut helfen könnten. Es ist auch möglich, dass sich eine Art Heilung im Familiensystem ereignen kann oder dass ihr in gemeinsamen Gesprächen zur Lösung einer Situation kommt. Hallo liebe Skorpiongeborene und Skorpion-Ascendenten, jetzt seid ihr an der Reihe mit dem Horoskop im Februar. Sinnliche und anregende Zeiten stehen euch ins Haus und einige Aufregung in der Familie. Genau dort im Bereich Heim und Familie findet der Neumond der Freundschaft am 4. Februar statt. In der Neumond-Meditation könnt ihr darüber nachdenken, ob eure Freunde für euch sowas wie eine Wahlfamilie sind oder ob ihr mit euren Familienmitgliedern einen freundschaftlichen Austausch pflegt und wie ihr das in Zukunft gestalten wollt. Auch die Lilith steht im Bereich der Familie und kann Aufregungen anzeigen. Zum Beispiel, weil das Verhalten eines Familienmitglieds nicht ins Konzept passt. Wenn ihr Kinder habt, kann Lilith Schwierigkeiten mit aufsässigen Kindern anzeigen, vor allem Töchtern. Vielleicht lohnt es sich, das Problem unter dem Aspekt der Freundschaft zu betrachten. Wie würdet ihr das sehen, wenn das schwierige Kind ein Freund oder Freundin wäre? Zu Neumond wechselt auch die Venus das Zeichen und geht in den Steinbock und zwar in einen für euch sehr günstigen Aspekt. Das fördert auf jeden Fall liebevolle Gespräche und auch gute Einfälle, um eventuelle Probleme zu lösen. Ihr habt ja dieses Jahr ein besonderes Gespür dafür, schon im Vorfeld zu erkennen, wo sich Probleme zeigen könnten. Das solltet ihr in eurem Familienkreis anwenden. Der gute Venus-Aspekt ist auch beruflich günstig für euch. Für den Rest des Monats könnt ihr euch besonders gut darstellen und erfolgreich Verhandlungen führen, die sich auch finanziell auszahlen. Auch für eine Bewerbung stehen die Sterne günstig. Erfreulich ist auch der Eintritt von Merkur ins Zeichen Fische am 10. Februar und für den Rest des Monats. Das trägt dazu bei, dass ihr gesprächsbereit und fantasievoll seid. Außerdem ist es eine sehr schöne Konstellation für Skorpione, die auf dem spirituellen Weg sind. Sehr inspirierend und einfühlsam. Sehr wichtig für euch ist der Eintritt von Mars ins Zeichen Stier am 14. Februar. Er geht dann für sechs Wochen durch euer Partnerhaus in eine Spannung zu eurer Sonne. Gleich zu Beginn dieses Übergangs kann es zum Beispiel schon zu einer Auseinandersetzung kommen, weil er sich dann auch gerade noch mit Uranus hier verbindet. Also wenn ihr ganz zu Anfang des Skorpionszeichens Geburtstag habt, haltet euch da ein bisschen zurück. Es kann allerdings auch eine sehr, sehr spannende neue Liebesaffäre anzeigen. Ja, eben dieser Mars im Partnerhaus, der kann euch geneigt machen, in Auseinandersetzungen eure Gesprächspartner eher als Gegner zu betrachten. Aber die übrigen Aspekte sorgen bis zum Monatsende für einen Ausgleich. Selbst wenn ihr euch angegriffen fühlt, irgendwie habt ihr auch Verständnis für die Position eures Gegenübers und so können Auseinandersetzungen zu einem guten Ende führen. Für die Singles ist die Konstellation spannend, denn der Mars im Partnerhaus zeigt sinnliche und interessante Verehrer an. Sie sind vielleicht auch ein bisschen anstrengend, aber eben auch attraktiv. Sehr gut möglich, dass ihr in den kommenden sechs Wochen jemanden kennenlernt, der euch wirklich gefällt. Am 19. Februar, zeitgleich mit dem Vollmond, geht die Sonne in die Fische und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen den Bereich der Lebensfreude in eurem Horoskop. Wenn ihr einen Liebespartner habt, ist die Zeit vom 19. Februar bis Monatsende eine ganz besonders kuschelige und erotische Phase. Und für Alleinstehende ist das eine kreative Zeit mit vielen Möglichkeiten, nette Kontakte zu pflegen. Liebe Schützegeborene und Schütze-Aszendenten, jetzt schauen wir für euch in die Sterne. Vor allem die ersten beiden Wochen des Monats sind für euch noch schwungvoll und erfolgreich. Danach verändert sich die Energie und ihr müsst wahrscheinlich erst mal wieder in euren Rhythmus finden. Der Neumond der Freundschaft steht sehr günstig zu eurer Sonne und lenkt die Aufmerksamkeit auf euer unmittelbares Umfeld. Wie steht es mit euren Freundschaften, mit Nachbarn, Schuleltern, Kollegen und anderen Leuten, mit denen ihr in der Nähe und im Alltag häufig zu tun habt? Gegebenenfalls lohnt es sich da mehr Liebe und Aufmerksamkeit hinein zu investieren. Darüber könnt ihr ja zu Neumond mal nachdenken. Viele wichtige Informationen und Impulse scheinen aus diesem Bereich zu kommen. Achtet mal drauf. Das gilt auch für den Beruf. Ihr erfahrt jetzt wichtige Neuigkeiten beim Schwätzchen mit Kollegen in der Pause. Außerdem ist es ein guter Monat, um über Marketingmaßnahmen nachzudenken. Und wenn ihr da ein Projekt im Auge habt, könnt ihr zum Neumond damit anfangen. Mit dem Neumond wechselt die Venus in den Steinbock und damit in euer Geldhaus. Das kann sich beruflich ebenfalls günstig auswirken. Wahrscheinlich kommt Geld herein und am besten ihr gebt es nicht gleich wieder aus. Die Aspekte zum Monatsende deuten an, dass es günstig ist, Rücklagen zu bilden. In der Liebe startet ihr den Monat sehr erfolgreich. Wahrscheinlich seid ihr ganz und gar unwiderstehlich und Singles haben gerade in den ersten Tagen des Monats exzellente Flirtchancen, ganz besonders die Geborenen der dritten Dekade. Noch bis zur Monatsmitte habt ihr eine extrem sinnliche Phase. Genießt es. Falls ihr keinen Liebespartner habt, könnt ihr euch in der ersten Monatshälfte sportlich wunderbar austoben. Mit dem 14. Februar zu Valentinstag ändert sich dann die Energie für euch spürbar, denn der Mars geht dann in den Stier, in euer Berufshaus und irgendwie verlangsamt sich dann euer Tempo und wahrscheinlich warten im Job viele Anforderungen auf euch. Ihr müsst euch erstmal auf diesen neuen Rhythmus einstellen, der dann für ungefähr sechs Wochen anhält. Aber es lohnt sich und kann sich auch finanziell auszahlen. Am 19. Februar haben wir den Vollmond und gleichzeitig geht die Sonne ins Zeichen Fische. Sie aktiviert dann für vier Wochen den Bereich Heim und Familie bei euch und da gibt es dann bestimmt so einiges zu regeln. Wahrscheinlich handelt es sich um finanzielle Angelegenheiten oder falls ihr Kinder habt, kann es darum gehen, wie ihr die Kinderbetreuung während eurer Arbeitszeiten organisiert und ähnliches. Mit dem Jupiter in eurem Zeichen geht ihr das wahrscheinlich ganz optimistisch und gut gestimmt an, aber achtet bitte auch auf die Details und hört eurem Partner zu, was er oder sie braucht. Dann sollten sich solche Sachen gut regeln lassen, denn die Aspekte stehen bis zum Ende des Monats harmonisch. Wenn ihr in der zweiten Dekade Geburtstag habt und von dem Neptun-Aspekt betroffen seid, dann kann es sein, dass euch die organisatorischen Details Probleme bereiten oder dass ihr Sachen vergesst oder dass Absprachen ungenau sind oder ein Familienmitglied braucht Hilfe und muss gepflegt werden, was dann wieder organisiert werden muss. Am besten ihr geht es mit Geduld und Mitgefühl an und notfalls auch mit einem Kalender, in dem ihr alle Termine genau eintragt. Welche Geburtstagskinder von diesem Aspekt betroffen sind, das und mehr Informationen zur Deutung des wichtigen Neptun-Aspekts findet ihr in meinem Jahrbuch. Und jetzt schauen wir für die Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Wie sieht es aus? Habt ihr viel zu tun? Viele Planeten stehen in Spannung zu eurer Sonne und das macht euch wahrscheinlich sehr produktiv, aber zwischendurch ist es eben auch ganz schön anstrengend. Der Mars steht weiterhin im Widder in Spannung zu eurer Sonne und das macht viele Steinböcke auch gereizt. Zwei Wochen geht das noch so, danach kommt ihr in einen angenehmeren Fluss. Aber fangen wir von vorne an. Der Neumond der Freundschaft am 4. Februar fällt bei euch in den Wertebereich des Horoskops. Es steht also an, darüber nachzudenken, was euch eure Freundschaften wert sind und vielleicht auch mit welchen Freunden ihr gleichzeitig auch beruflich oder geschäftlich zu tun habt. Gut möglich, dass ihr ein neues gemeinsames Projekt beginnt und vielleicht freut ihr euch auch an der Wertschätzung, die euch eure Freunde entgegenbringen. Es kann auch darum gehen, ob man sich unter Freunden finanziell gegenseitig aushilft. Das ist zurzeit heikel, weil der Pluto auf die Venus zuläuft, was Schwierigkeiten mit Schulden anzeigt. Ich habe das ja auch schon in der kosmischen Schwingung erwähnt. Auch in eurem persönlichen Horoskop solltet ihr sehr vorsichtig sein mit dem Schulden machen, wenn sich Pluto in der Nähe eurer Venus befindet. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären. Jedenfalls rate ich euch im Februar davon ab, euch privat Geld zu leihen oder auch Geld zu verleihen. Das könnte längerfristig zu Schwierigkeiten führen. Am 4. geht die Venus dann auch mit dem Neumond gleichzeitig ins Zeichen Steinbock und bleibt dort bis zum Ende des Monats. Das ist erfreulich für eure Beziehungen und auch für eure gute Ausstrahlung, denn sie steht ja dann bei euch im Zeichen. Singles, die auf der Suche nach einer ernsthaften Partnerschaft sind, fällt das Flirten und Anwandeln bis Mitte des Monats besonders leicht. Und weil ja der Mondknoten in eurem Partnerhaus ist, ist die Chance erhöht, dass ihr auch wirklich einen Seelenpartner trefft, mit dem ihr eine seriöse Beziehung anfangen könnt. Allerdings kann es sein, dass ihr nochmal mit eurer Vergangenheit konfrontiert werdet, wo es vielleicht noch was aufzuräumen gibt. Am 10. Februar wechselt der Merkur in die Fische und steht dann für den Rest des Monats günstig zur Steinbocksonne. Beruflich beginnt dann eine gute Phase, in der ihr verhandeln und euch auch im richtigen Licht darstellen könnt. Übrigens ist das auch gut für süße Liebesbotschaften. Euch fällt bestimmt was Tolles zum Valentinstag am 14. Februar ein. Aber Achtung, in den Tagen zuvor gibt es diese Verbindung von Mars und Uranus und das kann eine Tendenz zu Hektik und Verletzungsgefahr anzeigen, vor allem für die Geborenen der dritten Dekade. Passt da ein bisschen auf euch auf. Am 14. zu Valentinstag wechselt dann der Mars in den Stier und bildet einen super Aspekt zur Steinbocksonne. Dann beginnt eine produktive Phase von sechs Wochen, in der ihr in einen harmonischen Fluss kommen könnt. Das gilt sowohl privat als auch beruflich, vor allem wenn euer Beruf euch auch wirklich Freude macht. Wenn ihr einen Liebespartner habt, ist das eine sehr sinnliche und erotisch prickelnde Phase. Sportliche Steinböcke bekommen dann richtig Lust, sich körperlich auszutoben und wenn ihr kreativ seid, kommt ihr mit euren Projekten gut voran. Der Vollmond am 19. steht günstig zur Steinbocksonne und dann geht auch die Sonne ins Zeichen Fische und für vier Wochen in einen guten Aspekt zur Steinbocksonne. Das könnt ihr beruflich nutzen, um euch zu vermarkten. Wer sich bewerben will, hat ab dem 22. Februar besonders gute Sterne dafür. Bis zum Monatsende bleiben die Aspekte äußerst erfreulich für euch. Das solltet ihr genießen. Jetzt geht es um die Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Februar Geburtstag habt. Lasst euch feiern, denn der Neumond der Freundschaft am 4. Februar fällt in euer Zeichen. Das ist der wichtigste Neumond des ganzen Jahres für euch und wenn ihr an dem Tag Geburtstag habt, begleitet euch die Energie der Neuausrichtung das ganze Jahr über. Ladet alle ein oder trefft euch mit euren Freunden. Ihr werdet viel Spaß haben. Die Neumond-Meditation könnt ihr natürlich wunderbar nutzen, um über eure Pläne für das neue Lebensjahr nachzudenken und vielleicht darüber, welche Freunde daran Anteil haben sollen. Auch eure beruflichen Projekte stehen unter guten Sternen, wenn ihr sie jetzt im Februar anschiebt. Ihr seid besonders bei den Projekten erfolgreich, bei denen es auf gute Kontakte ankommt. Bis Dezember steht ja auch Glücksplanet Jupiter bei euch im Haus der Freundschaften und des Netzwerks und das spricht für eine Fülle guter und auch neuer Kontakte. Im Februar seid ihr besonders in den ersten beiden Wochen sehr aktiv und energiegeladen. Ihr schafft es, einen guten Job zu machen und trotzdem noch Zeit für nette Menschen zu haben. Die Tage 8. und 9. Februar sind zum Beispiel ideal, um euren Geburtstag zu feiern. Manche von euch werden vielleicht das Gefühl haben, dass die Liebe und die Zeit zu zweit etwas zu kurz kommt, denn die Venus hat sich im Steinbock in eurem 12. Haus versteckt. Ihr müsst euch also schon ein bisschen Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten schaffen, um innige Momente mit eurem Schatz zu verbringen. Darauf solltet ihr achten. Denkt zum Beispiel daran, wenn ihr feiert, durch zärtliche Gesten und Blicke eurem Schatz zu zeigen, dass ihr etwas Besonderes miteinander teilt, das nur euch gehört. Wenn ihr noch Solo seid, ergeben sich wahrscheinlich viele prickelnde Flirts und es finden sich auch Partner für erotische Momente. Zwischen dem 5. und dem 12. Februar verbindet sich die Sonne im Wassermann mit der Lilith. Und in dieser Zeit kann sich eine sehr brennende und intensive Affäre ergeben. Aber es ist nicht gesagt, ob das auch zu einer Liebesbeziehung werden kann. Das wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Nur wird es wahrscheinlich schwer, meine 90-Tage-Regel einzuhalten, weil die Leidenschaft sehr groß ist. Und hier vor allem unter diesem Einfluss von Lilith. Besonders um die Monatsmitte haben wir Aspekte, die euch dazu verführen könnten, euch spontan auf etwas einzulassen, was eine ungewisse Zukunft hat. Am 14. Februar zu Valentinstag wandert der Mars in den Stier und bildet dann für sechs Wochen einen Spannungsaspekt zur Wassermannsonne. Das kann euch energetisch aufladen und produktiv machen, aber es macht eben leider auch etwas gereizt. Möglich sind Störungen in eurem Zuhause, weil es hier im vierten Haus passiert, oder Konflikte mit euren Familienmitgliedern. Aber im Laufe des Februars steckt ihr das noch ziemlich gut weg. Ideal wäre es, wenn ihr mit Familienmitgliedern, vor allem mit energiegeladenen Söhnen, gemeinsam eine Aufgabe in Angriff nehmen könntet, zum Beispiel etwas umräumen oder renovieren. Das würde die Energie in die richtigen Bahnen lenken. Am 19. Februar haben wir dann den Vollmond und am gleichen Tag geht die Sonne in die Fische und aktiviert dann den Wertebereich eures Hohes Koops. In den letzten Tagen des Februars könnt ihr dann zum Beispiel langsam damit anfangen, euch der Steuererklärung zu widmen. Auch die Familienfinanzen könnt ihr dann besprechen. Die Aspekte helfen euch, eventuelle Unklarheiten zu beseitigen und euch einen Überblick zu verschaffen. Hallo liebe Fischegeborene und Fische-Aszendenten, ganz herzlichen Glückwunsch an diejenigen von euch, die jetzt im Februar Geburtstag haben. Der Monat entwickelt sich immer besser für euch, je weiter er voranschreitet. Nutzt die ersten beiden Wochen noch, um Finanzielles zu regeln. Der Mars steht dann bei euch im Geldhaus und spornt euch an, da klar Schiff zu machen und eventuelle Außenstände einzutreiben. Wenn ihr selber noch Schulden habt, solltet ihr die dann auch begleichen. Ab dem 4. Februar zeigt die Venus für den Rest des Monats gute Liebestendenzen an. Festliierte haben Spaß daran, mit ihrem Schatz zusammen den gemeinsamen Freundeskreis zu pflegen. Für Fische-Singles zeigt der Mondknoten romantische Begegnungen an, vor allem für die dritte Dekade. Und die Venus deutet an, dass ihr neue Leute kennenlernt, wobei es zuerst nach einer Freundschaft aussieht, aus der aber dann mehr werden kann. Vielleicht findet ihr auch Gefallen an jemanden, der euch als Mentor unterstützt und deutlich älter ist als ihr. Es kann dauern, bis sich eine neue Begegnung weiterentwickelt, aber gegebenenfalls lohnt es sich, geduldig dran zu bleiben. Der Neumond der Freundschaft am 4. Februar fällt in euer zwölftes Haus der Spiritualität. Zieht euch für die Neumond-Meditation zurück und meditiert in der Stille. Ihr werdet viele Inspirationen bekommen, vielleicht sogar für berufliche Angelegenheiten. Und wenn es Fragen rund um eure Freundschaften gibt, werdet ihr feststellen, dass ihr Antworten erhaltet, wenn ihr nach innen lauscht und auf eure innere Stimme hört. Die Venus zeigt an, dass es diesen Monat gut ist, euch um bestehende Freundschaften zu kümmern. Aber es kann auch sein, dass Vergangenes hochkommt und dass ihr eventuell entscheidet, euch von bestimmten Personen zu trennen, mit denen euch nichts mehr verbindet. Dann solltet ihr eure Intuition vertrauen. Für spirituell ausgerichtete Fischegeborene ist das ein wunderbarer Neumond, um sich mit den Kräften der geistigen Welt und des Universums zu verbinden. Am 10. Februar wandert der Merkur in die Fische in euer Zeichen. Und dann könnt ihr die gewonnenen Erkenntnisse besprechen und in die Welt hinaustragen und ihr werdet feststellen, dass viele euch um eure Meinung fragen. Der Valentinstag am 14. Februar kann für euch sehr romantisch werden und verliebte Fische bekommen bestimmt einige süße Liebesbotschaften. Und an diesem Tag am 14. wandert auch der Mars ins Zeichen Stier und bildet dann für die kommenden sechs Wochen einen günstigen Aspekt zur Fischesonne und der hilft euch, für euch einzustehen. Das ist eine gute Phase für Verhandlungen und auch, um euch und eure Fähigkeiten im rechten Licht darzustellen, zumal auch die anderen Planeten sich an den guten Aspekten beteiligen. Äußert eure Wünsche und Forderungen, ihr werdet bekommen, was euch zusteht. Noch besser wird es dann ab dem 19. Februar, da tritt um 0.03 Uhr die Sonne ins Zeichen Fische ein und am selben Tag ist dann auch der Vollmond in den Zeichen Fische und Jungfrau, also bei euch auf der Beziehungsachse. Die Sonne aktiviert dann in den kommenden vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude und ihr steht häufig im Mittelpunkt. Für den Rest des Monats habt ihr nun sehr viele schöne und unterstützende Aspekte, die anzeigen, dass viele Wünsche wahr werden und dass Menschen gerne um euch sind, sei es in der Freizeit und für freundschaftliche Aktivitäten, sei es bei beruflichen Projekten. Ihr werdet umschwärmt sein und jeder möchte gerne etwas mit euch zusammen unternehmen. Und wenn ihr in dieser Zeit Geburtstag habt, wirken diese guten Aspekte das ganze Jahr über für euch. Das war mein astrologischer Ausblick für den Februar. Für eine persönliche Beratung zu eurem Horoskop könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Die wichtigen psychologischen Deutungen der langfristigen Planeten findet ihr in meinem Buch mit dem Jahreshoroskop 2019. Da stehen auch alle Geburtstagskinder drin, die besondere Aspekte empfangen. Übrigens findet ihr da auch alle Planetenübergänge, wann Venus und Mars und alle anderen das Zeichen wechseln und noch vieles mehr, was euch bei der Jahresplanung hilft. Ich schreibe euch die Links zum Bestellen unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 8. Februar um 18.30 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Danach gibt es eine Pause, weil ich in den USA bin und der nächste Termin ist dann am Freitag, den 30. März. Damit ihr immer wisst, wo eure Planeten im Geburtshoroskop genau stehen und was sie bedeuten, könnt ihr euch mein schriftliches Geburtshoroskop bei kosmogramm.de bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich möchte diesmal auch ein solches Horoskop verlosen. Und wenn ihr schon ein Geburtshoroskop habt, könnt ihr es auch für jemand anderes bestellen, der euch interessiert oder es verschenken. Um an der Verlosung teilzunehmen, braucht ihr mir nur einen netten Kommentar hier zu posten und meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr schon ein Abo habt, dann könnt ihr meinen Kanal gerne weiterempfehlen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr immer automatisch erfahrt, wenn ich neue Videos hochlade. Also einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Eintritt Chirons in den Widder möchte ich euch nochmal meine beiden Video-Specials über Chiron ans Herz legen und auch das Video über den Mondknoten im Krebs. Ich wünsche euch einen schönen Februar und einen romantischen Valentinstag. Alles Gute mit den Sternen!